Musik Wir sind hier in Essen auf der internationalen Leitmesse für Sicherheitstechnik im September 2014 und wir präsentieren hier unsere neuen Produkte, Lösungen und alles, was es neu gibt von Goethe Röck, kurz die G-World. Die Mitarbeiter sind alle hochmotiviert. Das Publikum, was wir bis heute hier gesehen haben, ist beeindruckt von den neuen Produkten, auch wie wir uns heute darstellen, auch mit der G-World. Ja, für uns ist der Tag optimal bis heute. Musik Wir haben viele interessante Menschen, die bis jetzt gesagt haben, Goethe Röck ist eher so der Porsche oder eher was Gehobeneres, die jetzt aber zu uns kommen und sagen, Goethe Röck ist ja eine komplette Lösung, die wir einsetzen können, weil sie uns wirklich anspricht, weil wir damit klarkommen im Endeffekt. Wir haben wirklich Lösungen parat für die Kunden und die Kunden sehen, dass die bei uns auf dem Stand sind. Musik Unsere Videoanalyse profitiert enorm durch unsere neue 64-Bit-Video-Engine, sorgt dafür, dass wir in etwa dreifach schnellere Berechnungszeiten jetzt erhalten. Mit Blick auf den Endkunden und die Einrichtungen haben wir diese stark vereinfacht. Sie ist jetzt durchgängig. Alle Videoanalysen sind jetzt einheitlich einstellbar. Musik Das alles wäre hier nicht möglich ohne unseren wirklich super tollen Mitarbeiter, ob es jetzt auf der technischen Seite ist, auf der Vertriebsseite. Wir als Chef des Unternehmens sozusagen wären gar nichts ohne die Mitarbeiter. Es soll auch keine Floskeln sein, sondern wir nehmen das echt ernst und versuchen darauf vorbild zu sein. Es ist sehr familiär, ein familiengeführtes Unternehmen. Wir kommen aus dieser Ecke und man wird sehr gut aufgenommen, können sicherlich gerade die neuen Mitarbeiter ganz gut bestellen. Und mal ganz ehrlich, das, was wir hier auf die Beine gestellt haben, das ist einfach gigantisch und wir sind absolut begeistert. Wir freuen uns natürlich, weil wir auch von Besuchern und Kunden schon das gleiche Feedback haben, dass auch die begeistert sind. Das ist unser Ziel, Menschen zu begeistern. Musik Musik Das ist unser Ziel, Menschen zu begeistert. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017